und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf pnv simulation ja ich bin's der video begrüßt euch ganz herzlich und freue mich natürlich dass ihr einschaltet wir sind heute mal wieder im train simulator von microsoft unterwegs denn es gab eine frage wollen wir nicht mal eine alte S-Bahn mal fahren und meine antwort ist ja das können wir und zwar habe ich mir heute mal was spezielles ausgesucht und alt ist halt alt ne und deswegen die 275 die br275 ja wer kennt die S-Bahn von euch noch wer kennt die noch von euch wer ist schon mal mitgefahren ich ich bin so alt ich bin so alt ja ich selbst bin natürlich mit der S-Bahn auch noch gefahren also die S-Bahn die ist jetzt 1999 ne 1996 eingestellt worden wenn mich jetzt nicht alles täuscht der die erste die erste war denn 1928 wurde die erste gebaut das war die baureihe damals die et 165 die wurde dann später zu 275 so wie jetzt und die letzte baureihe davon waren die 475 wie gesagt früher noch zuletzt in den 90ern bis sie dann halt abgelöst wurde und ich glaube 96 98 war dann die letzte fahrt gewesen heute wird sie ich glaube noch als weihnachtszug eingesetzt hier in berlin zumindest und ja ich dachte mir so komm machst du machst du mit wir nehmen es mal mit und fahren wir heute mal von blankenburg nach S-Bahnhof grünau mit der S-Bahn der S ja keine ahnung da steht mal Zahn dran das haut ja nicht ganz hin ja es ist halt das ganze microsoft train simulata halt weiterhin da hat sich natürlich nichts verändert groß und ja das ist es wir stellen mal hier ein guckt mal ja das das waren noch Zeiten gewesen ja hier hinten tut es mir leid dass er das hier ja nicht richtig anzeigt das ist open rails problem keine ahnung aber hier wenn wir uns mal hier so umschauen das ist doch schon mehr als hübsch und hier haben wir natürlich ja unser unser cockpit wir können natürlich jetzt nicht wirklich groß gucken hier und das ist halt nicht wie der train simulator von dovetail games halt ne naja wir werden schon hinkriegen so wir dürfen 80 wir können ja mal hier und schleunigen das ganze mal hier ein bisschen ja das ist natürlich ja eine ältere epoche hier auch ne das ist klar das hat nichts mit der heutigen linie zu tun so blankenburg ja genau berlin blankenburg ja ich weiß nicht die ganze aufgabe dauert irgendwas mit 45 minuten müssen wir mal schauen ich denke mal bei der microsoft train simulata waren immer sehr großzügig was auf jeden fall die aufgaben angehen und das ganze spielen wir natürlich hier mit oh gott brems überhaupt nicht ja das ist natürlich schon ihr merkt selbst also ich komme jetzt schon in den spitzen ja wenn man die ganze die ganze zeit davor jetzt in den transfer von dovetail games gespielt hat dann ist das natürlich schon ein bisschen was anderes auf jeden fall es ist schon etwas anderes so jetzt muss ich mal ganz kurz gucken da war es genau ja die ankunftszeit die haut sowieso nicht hin von daher ist mir das eigentlich in der regel sowieso wurscht hier beim train simulata ich weiß nicht der übernimmt die die zeit nicht richtig habe ich das gefühl so und linke türen offen weiter geht es nächster halt pankow heinersdorf schön oder schön 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 ja so muss das so muss das ja manchmal ist der alte microsoft train simulata echt für gute sachen noch da ja also ich wo ich lieb mir heute immer noch ja der microsoft train simulata ist halt leider nicht mehr up to date was das ganze angeht aber so im großen und ganzen macht ihr halt immer noch spaß zu fahren gibt es halt keine pzb sie vergibt zeit aber die kannst du eigentlich vergessen die pzb pzb sage ich schon die sie fertig können die ganze vergessen das ist halt implementiert von ja open rails und das haut aber nicht komplett hin das ist halt du merkst halt dass das halt nicht korrekt ist ja ich bleibs jetzt ein bisschen früher weil nachher welche noch ein paar probleme dass wir hier an dem bahnhof vorbeifahren auf des willen dass sie das problem immer noch nicht bereinigt bekommen haben dass wir hier immer noch die shift und die minus taste in open rails drücken müssen damit die bremse nach ist ich weiß nicht also ich habe das auch schon mal angesprochen habe das schon mal angeschrieben aber es klappt einfach nicht also das ist ein bisschen ärgerlich ich meine ich soll ja nun großen respekt dafür dass sie sich da hinsetzen kostenlos dafür sowas hier machen ja dass der microsoft transom heute auf modernen rechnern spielbar ist ja aber wenn man schon auf den fehler hingewiesen wird und das ist ja dass das muss ja ein fehler sein der wahrscheinlich auch schnell zu reparieren ist oder dass man die schrift und die minus taste da löst oder sowas ich habe keine ahnung wie gesagt ich bin kein programmierer da will ich jetzt nichts zu sagen aber ich finde zeit ein bisschen nervig denn aber der bremst hat unentwegt und du kannst da in dem punkt nichts machen so pankow heinersdorf ausstieg links so ok das berechnet automatisch schön und ist natürlich heute nicht mehr so wirklich up to date aber mir ist das eigentlich egal muss ich ganz ehrlich sagen ich finde dafür dass er halt so alt ist ist er halt kultig ja das ist der hat so einen absoluten kultstatus mittlerweile ich weiß nicht wie das bei euch ist ich bin ja wie gesagt damals bei dem groß geworden und für mich gab es oder gibt es einfach keine bessere oder gab es damals keine bessere zugsimulation pro train perfekt wisst ihr ja war jetzt nicht so mein fall gewesen ja da kann man sich jetzt wahrscheinlich drüber streiten aber so dieses ganze grundkonzept hier mit microsoft grenzen und die ganzen tollen ändern die es hier gab das ist jetzt hier übrigens meiner meinung nach pro train 8 müsste das sein berlin rostock da war halt da war halt die s-bahn mit dabei gewesen also das ist schon großartig nächster halte berlin pankow sieht natürlich wie gesagt heute alles nicht mehr so aus wie es jetzt hier ist ist ja schon sehr kahl alles also da sah berlin noch ja aus wie ein dorf kann man so sagen auch die töne die waren immer so großartig und die die tür waren sounds die waren halt auch mega nice gewesen und da waren die damals doch doch die müssten doch damals schon so gewesen sein oder es ist halt schon so lange her ich meine ich bin jetzt ja über 30 jahre ja und ich weiß noch wie ich damit immer früher zu meinem kumpel gefahren bin nach Schönefeld ja das war schon eine schöne zeit gewesen kann ich wohl sagen aber allzu lange bin ich mit der nicht mehr gefahren denn wurden die halt nach und nach wurden sehr ausgetauscht und ja da war es dann über die 475 oder so war es denn hieß die ja denn das war in Ordnung das war in Ordnung ich fand halt auch den türmechanismus ziemlich cool wo die die türen halt noch selber aufziehen musste das sind alles so Sachen die kennen wir doch heute alle gar nicht mehr so Ausstieg auf der linken Seite leider finde ich mir die tüne dieses dieses so wir haben jetzt wir haben jetzt angeblich schon zwei minuten verspätung ja also da haut irgendwas nicht hin und das finde ich halt mega schade ich weiß nicht warum das noch nicht geklappt hat dass die das umsetzen konnten naja sagt man immer so schön man kann ja nicht alles haben so so ff ff war das ne ff 10 so ff so ff einfach mal 20 mal drauf drücken vielleicht funktioniert er speichert und auf jeden fall was so nächste halt schönhauser allee ja sonst kann man hier gesagt zum transfer nicht sagen ich bin am überlegen weiß noch nicht so hundertprozentig ob ich das umsetze der ein oder andere wünscht sich das ja eventuell bin ich halt am überlegen ob ich den transfer komplett wieder ins programm aufnehmen ich habe ja hier nicht ohne grund mehr die ganzen ändern besorgt und alles so was also ich bin kann eigentlich schon sagen ich bin im besitz fast aller addons außer jetzt was jetzt so diesen ausländischen kram halt angeht so großbritannien amerika hat dieses halt nicht ja aber so was zu deutschen content für den markt so ein simulator angeht kann ich schon sagen besitze ich alles und da bin ich noch am überlegen ob wir das ganze im netz play machen allerdings muss ich da auch schon sagen da wird das wahrscheinlich nicht so laufen wie jetzt bei den anderen wieder bei dem train simulator oder um sie lotos da werde ich versuchen also hier muss ich wahrscheinlich wohl die folgen hatten ich das nicht anders sind weil manche aufgaben sind echt so zwei bis drei stunden lang und das kann ich euch nicht antun das ist halt mega viel kollege von vorne ja die mauer übrigens berlin geteilt in ost und west ja 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 das ist schon Hmm. So, Ausstieg auf der linken Seite. Wie gesagt, das war damals der Grund gewesen, warum ich den Microsoft Transom auch so beliebt habe. Jetzt ist so unglaublich viel Berliner Content gehabt. Auch wenn die Bahnhöfe immer alle gleich aussahen oder alles, war mir eben wurscht. Ich sage, ich konnte halt virtuell das Ganze abfahren hier, weißt du? So, Ankunft am Ziel. Das hat schon was, ne? Die legendäre Stadtbahner der Berliner S-Bahn von 1927 im regelmäßigen Fahrgasteinsatz bis 1997. 1997. Das ist schon was, ne? Die Legende hatte sich damit nach 72 Jahren endgültig in den Ruhestand verabschiedet. Diese Züge galten als Zeugnis solider Technik. Nicht vergessen werden sollte aber, dass diese Verlässlichkeit immer mit einem für heutigen Begriff hohen technischen Aufwand und mehrmaligen Neuaufbauten dieser Züge verbunden war. Dennoch, die Stadtbahner setzten Maßstäbe für einen modernen und schnellen Verkehr in Großstädten und Ballungsräumen. Zudem verhalb er der S-Bahn zum Berliner Markenzeichen und Identitätsstifter. Ja, das stimmt wohl. Ja, das sieht auch gut aus. Ich spiele das Ganze ja hier wieder in 4K, wisst ihr ja, ne? Musste ich mal jetzt gerade mal ein bisschen rüberlinsen, ob er da alles aufnimmt oder ob er da irgendwas abschneidet. Aber das sieht gut aus. So, nächste Halt, Brenzlauer Allee. Das schaut ganz gut aus. Bis genau haben wir noch ein Stück. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, da kommt auch schon unser Kollege wieder von vorne. Leider können wir nicht so wirklich mal uns umgucken. Das ist ein bisschen schade. Wir müssen natürlich hier mal ein bisschen runter gucken, ein bisschen nach oben gucken, aber sonst war es das eigentlich. Das ist natürlich auch ein bisschen Freibewegenheit. Aber ich glaube, ich brauche eigentlich zu dem Train Simulator eigentlich nichts sagen, oder? Warum ist denn meine Maus hier inventiert? Das ist ein bisschen... Jetzt, 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 jetzt haut es um. Nächster Halt, Greifswalder Straße. Ja, die war damals, wie gesagt, noch sehr eckig. Habt ihr ja gesehen, vorne wirkt das alles sehr eckig. Wenn ich... Ich versuche es auf jeden Fall. Nach meiner Straßenbahn auf jeden Fall würde ich gerne diese S-Bahn hier noch nachbauen wollen für Lotus. Gucken, ob ich es packe. Aber dazu muss ich erstmal mit meiner Straßenbahn fertig werden. mit meinem T24. Ja, das könnte ja... ist fast... gleiches Bau, ja. Also von daher passt das ja. Dass ich mich da jetzt auch nochmal ran setze für. So, die Greifswalder Straße. Hat früher mal... die Ex meiner... die Mutter meiner Ex gearbeitet. Das ist halt so, dass... man verbindet das dann halt irgendwie alles. Dann, weißt du... Es ist genauso wie bei Grünau, ne? Da werde ich wahrscheinlich auch jedes Mal sagen, ne? Dass... da meine Ex wohnt... gewohnt hat. Jetzt wohnt sie ja Königs Wusterhausen. Ja, aber... das verbindest du denn halt irgendwie alles. Weiß ja nicht, wie das bei euch ist. So, der ein oder andere Berliner wird ja wahrscheinlich... vielleicht auch hier Zuschauer sein. Da wird sich das vielleicht auch alles anschauen. Was ist denn so... S-Bahn... Also... kennt ihr ja natürlich ja alle wahrscheinlich, ne? Ihr werdet ja wahrscheinlich auch mal alle S-Bahnen gefahren sein. Hier gibt es irgendwo ein Problem, sehe ich gerade. Leute, das ist schon wieder... Ja... Open Royals, Leute. Das ist Open Royals leider. Springen irgendwelche Züge hin und her. Seht ihr das? Irgendwelche Waggons. Wahrscheinlich stehen hier eigentlich Waggons. Und der kann es aber nicht zuordnen. So, nächste Halte. Leninallee. Ich glaube... Die gibt es gar nicht mehr, oder? Also wenn, dann haben sie sie wahrscheinlich umbenannt. Also mit dem Namen kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Ich bin jetzt aber auch nicht so, äh... richtig in der Materie drin, was jetzt so S-Bahn angeht. Gerade diese Linie hier, äh... Blankenburg. Das kenne ich gar nicht, ja. Das kenne ich gar nicht mehr. So, in der Luft hing. Das ist natürlich sehr unschön. Müsste man jetzt halt mal nachgucken, ob es die Leninallee überhaupt noch gibt. Aber ich glaube nicht mehr. Also auf jeden Fall kommt sie mir jetzt nicht bekannt vor. Wie gesagt, es kann natürlich sein. Ich kenne auch nicht, äh, die komplette Ringbahn, ja. Da wusste ich jetzt auch nicht, was es da noch gibt und, äh, was heute nicht mehr. Also dafür fahre ich einfach oder bin auch früher viel zu selten mit, äh, S-Bahn gefahren. Was ich auch stark finde ist, ähm... Ja, guck mal, da fehlen zum Beispiel Waggons. Meistens immer ein Absturzgrund. Toi, toi, toi. Mal gucken, ob das, äh, klappt hier. Ähm... Kam jetzt irgendwie so eine Nachricht raus, dass jetzt, äh, hier in Berlin zumindestens alle Schüler, äh, freifahren dürfen. Also brauchen keine Monatskarten mehr oder sowas. Oh Gott, Leute, was hat dich damals für gegeben? Was meinst du, was ich für Schwarzfahrer-Tickets bekommen habe? Ich habe immer geschwitzt, ja. Wenn ich immer zu meinem Kumpel fahren wollte. Ja, das müsst ihr mal jetzt euch wegdenken hier. Diese ganzen Waggons, die hier in der Luft rumfliegen. Ich habe keine Ahnung, was das soll. So, nächst halt Stockhoher Straße. Das wird halt gefühlt aber auch nicht weniger, ne? Das wird halt gefühlt immer mehr, irgendwie. Na ja. Regen wir uns jetzt nicht drüber auf. Ignorieren das Ganze jetzt einfach. Wie gesagt, also ich sehe jetzt keine Ahnung, sowieso nichts verändern. Ich kann da leider nichts verändern. Tut mir ein bisschen leid. Das verunschneide leider ein bisschen die Aufnahme. Und das ist halt so ein bisschen der Grund, warum ich mich noch dagegen so ein bisschen streue, ja, gegen ein Let's Play bei dem Microsoft-Transimulator. Weil, ich habe irgendwie das Gefühl, je weiter die Versionsnummer ist, desto schlimmer werden die ganzen Fehler. Ich hatte ja anfangs nie Probleme mit Open Rails. Ich habe das regelrecht gefeiert. Aber irgendwie, je mehr Updates irgendwie gefühlt kommen, desto schlimmer werden die Fehler. Das ist ja nicht das erste Mal, dass man was kaputt patcht halt, ne? Das gibt es ja halt. Und es ist halt Frankfurter Allee. Und es ist halt so, dass ich mich noch nicht verabschiede. Zum Beispiel beim Straßenbahnhof ist ja auch alles gut gegangen, ne? Da weiß man halt einfach nicht, woran das Ganze immer liegt, ja? Warum hat er da so eine Fehler in der Rennen bastelt? Ich glaube, pro Train 3 war das gewesen, 2 oder 3. Da fährst du mit einem ICE. Das war die Gießlinger Steige, glaube ich, hieß das Ganze. Fährst du mit einem ICE. Du kannst alles machen. Du kannst fahren, Licht machen oder sowas. Du kannst nicht bremsen. Du kannst nicht bremsen. Da habe ich das ja natürlich angeschrieben, weil das war halt, Marco Hassett, TV-Auzeiten. Da wollte ich halt das Let's Play halt mit dem Microsoft-Transimulator, mit allen Pro Train-Add-ons machen und alle sonstigen Add-ons, die es halt dafür gibt. Wollte ich das machen. Und ja, da haben, wie gesagt, diesen Fehler gehabt und sind mal da mal hingeschrieben, so per Feedback. Keine Antwort. Keine Antwort. Das fand ich ein bisschen schade. Wie gesagt, die wollen ja auch kein Geld oder sowas. Das ist ja komplett kostenlos. Also wie gesagt, das muss man den Leuten schon hoch anrechnen. Und die Entwicklungen gehen halt immer noch weiter. Also ich habe erst, glaube ich, zuletzt heute oder gestern ein neues Update gezogen wieder. Also wir arbeiten halt wirklich da noch dran. Also das ist jetzt nicht eingestellt oder sowas. Nö, ne. Wir arbeiten da noch wirklich dran. So, nächster Halt. Ostkreuz. 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 Bonsoir. Ostkreuz. Vollbremsung, warum denn das? Wir würden Signal übersehen, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. So, wenn wir jetzt hier nach rechts fahren würden. Wenn wir jetzt nach rechts fahren würden, würden wir jetzt zum Alexanderplatz kommen. Das ist ein alter Ostkreuz. Da war nämlich der Bahnsteig noch gewesen. Den gibt es ja heute schon gar nicht mehr. Da vorne natürlich der berühmte Ostkreuzer Wasserturm. Oder Turm, Wasserturm müsste das sein. Und das Ding haben die ja jetzt heute komplett umgebaut. Das sieht ja gar nicht mehr so aus, wie jetzt hier. Das soll jetzt hochmodern werden und alles sowas. Wunderschön. Genau da. Seht ihr das da? Hier, diese Stelle. Da konnte man früher auch noch ausschnecken. Daran erinnere ich mich auch noch. Wenn er dann zum Beispiel von Schönefeld gekommen ist oder sowas, ist er dann nämlich die Lang gefahren und dann hier ran. Hier geht es noch Richtung Köpenick. Und auf dem Gleis, wie gesagt, da hinten geht es dann Richtung Ostbahnhof und alles was. Wie gesagt, sieht aber heute mal weit nach. Alles nicht mehr so aus. So, nächster Halt. Treptor Park. Und hier sieht man halt, dass die Zeit für eine Microsoft-Transform-Lade schon lange abgelaufen sind hier. Ach ja. Daran kann ich mich leider über, also leider, das heißt leider, daran kann ich mich halt noch erinnern. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Das war dann auch schon Schulzeit noch gewesen und alles was. So, hier fahren wir irgendwie gefühlt voll gegen die Brücke. So, und da kommt dann der Treptor Park. Da gab es früher, also was heißt früher, um die Zeit, 96, 97, 2000 rum, mal so ein Einkaufsmarkt oder sowas, also ein größeres Einkaufscenter, da war ich immer einkaufen. Habe ich mir mal eine Spiele gekauft. Ja, ja, ja. Was es so alles gibt, Leute, was es so alles gibt. Das sind Fetze, die hier noch rumliegen. Ich meine, wenn man das heute so sieht, ja, du wirst automatisch in die alte Zeit zurückversetzt, ja, wenn du die ganzen S-Bahnen so siehst, so die strengten Verläufe und alles. Das haut natürlich heute nicht eins zu eins hin. Ja, auch für die damalige Zeit haut es natürlich nicht eins zu eins hin. Aber so im Groben und Ganzen passt das eigentlich schon ganz gut. Und das ja da immer wieder so wieder zu erleben, eigentlich ist es eigentlich schon schön. Oh Gott, ja, jetzt kommt es. Nächster Halt, Plänterwald. Im Plänterwald, da war ja früher, also so zwischen Treptor Park und Plänterwald war ja hier, wie hieß denn unser Park, den wir damals hatten? Den Spreepark, genau, Spreepark, der war ja da gewesen. Also wenn du, du musstest sicher aussteigen und dann musstest du auch ein Stück mit dem Bus fahren, dann bist du zum Spreepark gekommen. Die gibt es heute auch nicht mehr. Den haben sie uns ja weggenommen, weil der Inhaber sich von dann gemacht hat. Schade. Aber wir hatten einen kleinen Freizeitpark hier, mitten in Berlin. Das war schon schön, ja. Wenn du jetzt irgendwo in den Freizeitpark gehen würdest, dann musst du nach, wie hieß das, B-Linz oder sowas fahren. Ja, das ist anderthalb Stunden mit dem Auto. Toll, das kann ich mir auch knicken. Das war schon schade. Also, ich selbst kenne es natürlich auch noch, weil zu meiner Zeit gab es den noch und da konnte man dann halt, da waren wir wohl noch da gewesen. Naja. Das war schon schön. Ob wir umfällt, die Ringbahn überlangt, ne? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich glaube, ich täusche mich. Ich gucke mich täuschen. Ne, auf jeden Fall, wie gesagt, ey, den Spreepark. Ich gehe mich unerinnern. Da war so eine Story gewesen, da wollte mein Bruder unbedingt, komme was wolle, er wollte unbedingt Pommes mit Senf essen. Wie widerlich ist das denn bitte? Er wollte wirklich, ich glaube, er wollte eigentlich Ketchup haben, hat aber Senf gesagt und wollte aber seinen Fehler nicht eingestehen und deswegen wollte er Pommes mit Senf essen. Ach ja, Mann, Mann, Mann. Ich ihm es heute noch erzähle, der sagte, nein, 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 nein. Wisst ihr ja selber, wie es dann immer ist, ne? Dann hat man so einen automatischen Verdrängungsmechanismus, wo sowas dann automatisch noch verdrängt wird. Pommes mit Senf, ja, traumhaft. Ja, aber sonst, ne, ich meine, es ist ein sehr hübsches Modell und es ist sehr hochwertig dafür, dass es ja so im Ändern ja eigentlich gar nicht enthalten ist. Da geht es natürlich um Berlin-Rostock, ne, aber ich finde vom Modell her passt das ganz gut. Aber wenn du sowas heute in der Lotus-Community präsentierst, dann, naja, wird das nicht so angenommen. Obwohl ich am einen eigentlich nur die Textur eigentlich ein bisschen hochwertiger wahrscheinlich benutzen muss, dann würde das eigentlich auch komplett in Ordnung gehen. Aber so reicht das doch vollkommen aus, ne? So, nächster Halt ist Baumschulenweg. Da war früher mal die Schule von mir und dem Ice Dragon, den Baumschulenweg. Ich selbst komme dann, oder kam ja aus Schönerweide. Der Strang hat ja damals noch in Schönefeld gewohnt. Dann, das war eigentlich dann immer zusammengefahren, dann haben wir uns getroffen, dann sind wir dann immer zusammen zur Schule. Wie gesagt, das war hier die, äh, in Baumschulenweg. Mal bis, äh, mit dem Bus nach Hause gefahren, mal mit der S-Bahn. Waren ja dann immer halt nur zwei Stationen oder sowas. Eine, eine, ähm. Oh, da kommt der Lokomotiv an. Schön. Sieht ihr den schwarzen Qualm da hinten? Da kommt irgendwas Rußiges an. Hier unten gab es aber richtig, richtig leckere Käsefluten. Kennt ihr das? Also so ein Käsebaguette. Oh, das war immer so, so lecker gewesen. Erzähl ich euch ja fast hier meine ganze Lebensgeschichte hier. Das ist ja der Wahnsinn. Ist ja der Wahnsinn. Achso. Es war keine, äh, so eine altmodische Dampflok, sondern es war ein Diesel, der da ausgeströmt worden ist. Deswegen wollen sie die hier in Berlin noch verbieten. Diesel. Natürlich so rausströmt, ne? Dann ist kein Wunder. So, nächster halt Berlin. Schöne Weide. Ja? Ja, schöne Weile, ich glaube, bauen die ja jetzt ja auch um. Sitzt ja mittlerweile auch schon dran. Der Bad zu meiner Zeit damals schon richtig runtergekommen. Also da muss man ganz schön sagen, da hat die S-Bad schon ganz schön gepennt. Die Bahnhöfe, die sind teilweise wirklich sehr, sehr runtergekommen. Die haben sie ja auch alles an der Schnellerstraße, haben sie alles neu gebaut. Da hast du jetzt auf einmal so Gewerbeparks da drin. Also das gab es zu meiner Zeit damals alles nicht. Also ab und zu fährst du ja mal dran vorbei. Gerade wenn Edisonsstraße wieder hinten in Schöneweide mal wieder als gesperrt ist, so wegen Baustelle oder sowas, dann fahre ich dann mal über Adlershof zu meinen Eltern nach Köpenick. Und was die da alles hingebaut haben, das ist Wahnsinn. Damals stand da leere Ruin und alles. Da haben wir damals als Kinder drin gespielt gehabt. Und heute haben die da komplette Gewerbeparks da reingebaut. Also ich muss sagen, wenn ich mir so die, dass man so zurückdenke, wie es damals aussah und wie es heute aussah, hat sich richtig was verändert. Also Berlin ist richtig gewachsen. Eigentlich schade, oder traurig eigentlich eher, dass ich mittlerweile schon so ein Alter erreicht habe, dass ich sagen muss, früher war alles anders. Finde ich jetzt, und ich bin erst ein bisschen über 30. Aber nur ein bisschen über 30. Ja, und das ist natürlich schon ein starkes Stück. So. So. So, nächster Halt ist dann der Triebsbahnhof Schönerweide. Ja, hier hatte ich damals mein Praktikum gehabt, bei der Deutschen Bahn, bei der S-Bahn. Oh, es war auch nett. Damals, zu der Zeit, war das Leben noch echt entspannt gewesen. Du hast dir über nichts Kopf machen müssen, deine Eltern haben ja alles bezahlt und sowas, eine Miete und sowas. Damals war es halt noch schulpflichtig, du bist zur Schule gegangen. Also im Idealfall bist du zur Schule gegangen. Man weiß es ja nicht, ne? So, dann haben wir gesagt, ja, war doch. Ein bisschen Geschichte hier aus meinem Leben. Hier auch, wie gesagt, permanent Stau, ja, Chaos, was Autos angeht. Ich meine, die versuchen jetzt ja in Berlin, dass sie die Autos ja versuchen abzuschaffen. Und dann kommen die jetzt mit so Ideen halt, ja, so, was sie jetzt durchbringen wollen. Jetzt wollen sie eine Tagesmaut einführen hier in Berlin. Also in Großstädten auf jeden Fall, wollen sie jetzt eine Tagesmaut zum Beispiel jetzt einführen, dass du jetzt pro Tag in das Autofahren mit 5 Euro bezahlen musst. Das ist jetzt mal so eine Idee von den Politikern und alles sowas, ja. Denn, äh, wollen sie einzelne Straßen sperren, ja, dass sie nur noch Fußgängerzonen werden und, und, und. Jetzt wollen sie, äh, neueste Ding ist jetzt, dass sie jetzt hier eine Autobahn, ähm, wegreißen, ja. Ein Verbindungsautobahnstück, ja, was jetzt zum Beispiel von, äh, Steglitz nach Schöneberg reingeht. Ja, das ist wirklich kein langes Autobahnstück, aber das wollen sie jetzt ja abreißen, ja, da soll jetzt nur eine ganz normale Straße hin, damit halt nicht mehr so viele Autos da reinfahren nach Schöneberg. Och, ach, das arme Schöneberg. Nee, und, äh, auf jeden Fall wollen sie das ja jetzt auch alles verändern. Also, das ist absolut traumhaft. Was die Politiker vorhaben, das alles vor den Wahlen, ich kann das gar nicht verstehen, denn, weil dann gibt es immer noch Leute, die diese Politiker dann auch noch wählen. Ähm, also, kannst du mir sagen, was du willst, aber irgendwas ist da mit der Welt nicht mehr in Ordnung. So, nächste halt, Berlin, Adlershof. Letzte Umsteigemöglichkeit nach, äh, um nach Schönefeld zu kommen. Hier zweigt es denn ab zwischen Adlershof, äh, zwischen Grünau und, äh, Schönefeld, auch Königs Wusterhausen, ne. Müssen jetzt hier umsteigen, also alle, die jetzt nach Schönefeld wollen, die müssen jetzt raus, denn wir fahren ja nach Grünau. Und dann, haben wir es ja schon. Wir haben hier schon wieder unsere Tour abgefahren und tatsächlich, es haut wirklich hin, ja, was, äh, die Angaben von den Trainingsamater. Von 45 Minuten würde die Aufgabe dauern, wir sind jetzt, äh, aktuell bei 42 Minuten, also, das passt schon. Also, die sind da eigentlich schon sehr, sehr genau auf jeden Fall, was das angeht. Gucken wir mal lassen. So, hier unten fährt Straßenbahn halt, ne, Adlershof. Also, auch ein schöner Weidefuhr, halt, Straßenbahn, ne. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nach Köpenick möchtest, kannst du jetzt hier in die Straßenbahn einsteigen und dann nach Köpenick fahren. Ich glaube, zur damaligen Zeit, wo ich da noch, äh, klein war und da noch gewohnt hab und alles was, ist du damals bis zur Hürtestraße gefahren. Köpenick-Hürtestraße. Jetzt hab ich's ja irgendwie erfahren, dass die ja sogar jetzt bis Malzow Süd fährt, ne, das wusste ich ja auch nicht. Aber da merkst du mal halt, ich bin gar nicht mehr drin in der Materie. Bei mir, wo ich jetzt hier wohne, gibt's keine Straßenbahn mehr, ne, da ist jetzt nur noch S-Bahn und Bus halt, ne, weil ich hier nun mal so ein bisschen im äußersten Westen Berlins wohne. Und, äh, da gibt's halt keine Straßenbahn. Warum denn? Da muss ich was ganz ehrlich sagen, brauche ich auch gar nicht. Ich kann mich noch damals daran erinnern, das war schon echt lauter mal gewesen, wenn so eine Straßenbahn, der an dir vorbeigepoltert ist, ja. So, Leute, enthaltene Stelle Berlin-Rünau. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Und damit endet dann auch unsere Folge, ihr Lieben. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr ja den Projekt gerne mal ein Like da lassen. Ja, es ist zwar nicht viel zu sehen und das ist halt natürlich nicht so spektakulär wie der Train Simulator von Duftair Games, aber es hat halt den Nostalgie-Charme, finde ich. Und, ähm, darf man nicht außer Acht lassen, ne, denn was anderes, wie gesagt, war früher halt technisch noch nicht so wirklich möglich gewesen. Bei einem ProTrainPerfect hat er dann nochmal neue Maßstäbe gesetzt halt. Ähm, aber was man so damals hatte, war nicht viel und ich fand, für damalige Zeiten war das hier großartig gewesen, der Microsoft Train Simulator. Deswegen, lasst dem Projekt, wie gesagt, gerne einen Like da, freue ich mich drüber. Und auf das Fall vielleicht dann zukünftig mehr wieder Train Simulator hier von Microsoft sehen werden. Wenn ihr das möchtet, wie gesagt, schreibt es dann da in die Kommentare. Und, äh, ob es dann zum Beispiel auch in Ordnung für euch wäre, wenn wir dann die folgenden halt so cutten, alles wird das halt nicht alles am Stück aufnehmen. Weil das würde wirklich, wirklich fast alles sprengen. Also das, das zieht sich halt. So, und ich glaube, genau, wenn wir jetzt hier runter, runtergefahren werden, also die, die jetzt, vor die Unten jetzt, für Affärtes-Lobbettis müsste die eigentlich aus Schönefeld sein. Vielleicht sind wir auf dem falschen Gleis, oder? Ich würde es mir so vor. Wahrscheinlich kommt es mir nur so vor. Ne, aber das, das ist das Regionalgleis. Ah, okay. So, und hier hat ja Joe seine Straßenbahnlinien, ne? Also, wenn er sie mal weiterbauen würde. Dann würde die hier bis erst bei den Hof Grünau gehen. Ja, wie gesagt, hier bin ich dann in den Bus eingestiegen und dann zu meiner Exe gefahren. So sah es hier aus. Vor vielen, vielen Jahren. Könnte sich der eine oder andere wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern. Und würde ich jetzt denken, mein Gott, bist du alt, der, der da spricht, ins Mikro. Ich danke dir. Ich danke dir. So, erstmal nur für genau. Wie gesagt, ihr wisst, was eure Aufgaben jetzt sind. Und ich persönlich würde mich dann freuen, wenn wir uns zum nächsten Party wiedersehen. Vielleicht ja auch schon wieder zu dem Microsoft-Channel-Simulator. Wer weiß das schon, ne? Und verabschiede ich mich erstmal von euch. Hoffe, wie gesagt, dass euch alles gefallen hat. Und auf das war uns zum nächsten Party wiedersehen. Oder zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und wenn ihr jetzt erst neu hier seid, dann drückt den Abonnier-Button, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.